Ich freue mich, wenn ich Kinder sehe, wenn sie am Morgen einheben können, wenn sie auch lachen, wenn sie einen anderen Beruf bekommen. Und so wie man miteinander umgeht, kommt es meistens auch zurück. Also, dass man das einfach fürs Leben auch mitnimmt, dass man auf die anderen Mitmenschen schaut. Das ist mir sehr wichtig, dass ich die Empathie in den Kindern wege. Wir haben ganzjährig geöffnet und können einfach ganzjährig vom Lehrpersonal betreuen. Es ist zwar herausfordernd, aber ich habe einfach einen Riesenspaß dabei, wenn man vieles von den Kindern zurückkriegt. Sie sind ehrlich, sie sagen einem auch die Meinung, wenn es mal nicht passt, aber sie sagen einem auch, wenn sie die gerne haben oder wenn du irgendwas toll gemacht hast. Es ist einfach ein Blick, ein Lachen, wo du einfach weißt, ich mache es richtig, ich bin am richtigen Ort, ich tue das Richtige, sie fühlen sich wohl. So ein Kinderlacher geht einem ganz viel, ganz viel Stärke eigentlich.